Gunter Berger ist ein deutscher Dirigent und Chorleiter. Leben Gunter Berger studierte Schulmusik an der Hochschule für Musik Franz Listweimer und Orchesterdirigierin an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn-Bartoldi Leipzig Seit 1990 arbeitet er in der Chormusik. Von 1990 bis 2011 leitete Berger den MDR Kinderchor. Er war von 1990 bis 1998 Assistent des Gewandtausleiters Eckehardt Schreiber und leitete 1998-1999. den Leipziger Gewandtauschor et Interim. Außerdem leitet er seit März 1999 den Leipziger Lehrerchor und seit 2012 den Leipziger Oratorienchor sowie die Philharmonischen Chöre Dresden. Von 2009 bis 2012 war Gunter Berger Professor für Chor- und Ensembleleitung an der Hochschule für Musik Franz Listweimer und leitete den dortigen Hochschulkurs Berger gehört dem Musikrat des Deutschen Chorverbandes an.